I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal, out of this world. Servus Leute, heute ist nicht Donnerstag, heute ist Dienstag, fängt Betet mit D an, tut nichts zur Sache, warum ich jetzt plötzlich schon ein Video mache, ist, ich wollte am Wochenende zur Angelwelt gehen, mir ist aber privat was dazwischen gekommen, aber ich habe ja mein Ticket, und ich möchte das Ticket ja nicht einfach so verfallen lassen oder so, und habe mir gedacht, ich werde es einfach verlosen. Und zwar, nächsten Donnerstag, quasi in 2 Tagen, kommt mein nächstes Video, Thema Quappenangeln an der Oda. Und in dem Video fange ich auch Quappen. Wie viele das sind, müsst ihr den Film gucken. Und deswegen ja auch unter die wirklichen Abonnenten, die auch immer meine Filme gucken und Lust haben, die schreiben einfach in den Kommentaren dann im nächsten Video, wie viele Quappen ich gefangen habe. Und die ganzen Kommentare, da gibt es ja so ein Tool, das kann man dann eingeben, dann dreht es sich und sammelt da quasi ein so ein Kommentar raus. Und mein Video wird ja so mal wieder so, naja, quasi ja am Morgen so um 7 oder 8 Uhr eingestellt am Donnerstag. Und dann die Auswertung werde ich so machen gegen 17 Uhr und werde dann abends natürlich auch gleich noch Brief fertig machen, die Sache rausschicken, damit ihr am Wochenende das Ticket habt. Also wer Bock darauf hat, einfach nächstes Video, Quappen Video, runterschreiben, wie viel ich gefangen habe, Glück haben beim Auslosen und Spaß auf der Messe haben. Also, dann bis Donnerstag, tschüss, tschau und bis bald.